Das hier sind aus meiner Sicht die besten 5 Offensivfußballer in den vergangenen 10 Jahren. Auf Platz Nummer 5 steht für mich Luis Suárez. Jahrelang hat er mit Lionel Messi in einem Team gespielt, ist aber trotzdem in der Saison 2015-16 mit 40 Toren Torschützenkönig geworden. Auf Platz Nummer 4 steht für mich Karim Benzema. Nachdem CR7 vor einigen Jahren dann zu Juventus Turin gewechselt ist, ist seine Zeit angebrochen. Jetzt ist er Champions League Sieger und Ballon d'Or Sieger und ist auf jeden Fall verdient mit hier in dieser Liste. Auf Platz Nummer 3 steht für mich Robert Lewandowski. Ich nehme ihm zwar seinen Wechsel zu Barcelona immer noch ziemlich übel, weil er sportlich keinen Sinn gemacht hat, aber trotzdem ist er einer der besten Stürmer der vergangenen 10 Jahre. Champions League Sieger mit Bayern, zweifacher Weltfußballer, 41 Tore in der Bundesliga, der schnellste 5er-Pack der Geschichte, einer der besten seines Handwerks und er muss hier auftauchen. Über Platz 1 und 2 habe ich mit Abstand am wenigsten nachdenken müssen. Für mich steht Cristiano Ronaldo auf Platz 2, er hat Tore geschossen für diverse Top-Klubs in Europa. Er ist zigmal Torschützenkönig, Champions League Sieger, Weltfußballer, Ballon d'Or Sieger. Ich könnte noch eine Viertelstunde so weitermachen, er muss hier auf jeden Fall auftauchen. Auf Platz Nummer 1 steht für mich nicht nur der beste Spieler der vergangenen 10 Jahre, sondern der beste Spieler, der jemals den Ball berührt hat. Lionel Messi, eine absolute Legende bei Barcelona, siebenfacher Weltfußballer, Champions League Sieger und bei Paris läuft es inzwischen wirklich, wirklich gut. Wen habe ich falsch eingeordnet oder wen hättet ihr anders eingeordnet? Schreibt es mir wie immer sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein.